Vielen Dank. Was machen wir jetzt eigentlich Schönes? Ja, gute Frage. Ich habe ziemlich Bock auf eine Runde Worms. Mein Problem ist nur... Wir haben auch schon an PUBG gedacht. Wir haben auch schon an PUBG gedacht. Mein Download ist auch fertig. Boah, ihr überrascht mich ja mit was Schönem heute Morgen. Ich entdecke perfekt quadratische, seitengleiche, viereckige Gesteinsformationen. Und Mosaik? Dreiecke wie Pyramiden. Mosaike, kleine, an Mondkalendarien und Schriftsätze und Binärcode erinnernde Vierecke. Das Runde da, definitiv irgendeine Art von Kunststätte. Mondkalender. Tausende Jahre verborgen im Berg. Eine alte Zivilisation. Niemand redet drüber. Ägypten und Lügen versuchen es zu vertuschen und die Pyramiden für sich zu beanspruchen. Oliver, die Geschichte der Menschheit muss noch nie geschrieben werden. Offensichtlich hat im Gotthard-Tunnel eine fortgeschrittene Zivilisation gelebt. Ja. Und gebaut. Die anderen Völkern Wissen gebracht hat. Leute. Na, ich hab, ich wollte, ich kann das, das kann ich, das. Also, es klingt so, es sah aus nach einer Situation, wo sowas eigentlich nicht passieren sollte, aber man weiß ja, wie so oft es ist. Ich kann mir jetzt entweder schnell spontan die krasseste Story der Welt ausdenken, weil ich einen Einbrecher verteidigt, weggemacht und gekickt habe, durch die Decke, durchs Fenster geworfen und dann war gut. Wir alle wissen, das ist die Wahrheit und jetzt kommt die Quatsch-Story. Nee, es ist tatsächlich bei Just Dance passiert. Oh, Leute. Fascinating. Das würde ja heißen, da unten am Boden ist irgendwann Schluss. Ja, das würde ja heißen, Aliens haben nichts damit zu tun. Kalko-Kalko-Lügen. So funktioniert ja ein Tunnel nicht, Digga. Das wäre ja nur ein Loch. Kalkstein? More like Lügengesteinsand. Ja. Bist du wie Link auch geflogen? Ja, ich hab's versucht, aber Hühner sind, also, ich hatte ja schon mal Hühner im Arm, ja, aber die waren so super zart, weil das so Filmhühner waren. Zart. Ja. Zart. 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 Sie haben sie danach gegessen. Ich meinte Zart. Und so war ich von innen. Mh, KFC, KFC. Mh, KFC, KFC. Nee. Äh. Ey, Frage. Chat. Würdet ihr uns genauso in die Pfanne hauen? Ja. Ja, da bin ich von überzeugt. Aber ich halte unseren Chat für fair, deswegen nur, wenn wir es verdient hätten. Alle direkt. Chat, jetzt sag doch wenigstens ja, nur wenn ihr es verdient habt. Alle so direkt. Ja, natürlich, klar, keine Frage. Aber ja, ja, war klar. Danke für nichts. Klar, jederzeit. Soll ich ja dort gar nicht gefunden werden können. Ja. Die Aussage, bessere Technologie als jemals zuvor. Digga, wenn ich kein Echolot hab und danach hab ich ein Echolot, dann trifft das drauf zu. Ich hoffe, das war nicht die gleiche. Hä? Was, Olli, hatte keine Kindheit? Was willst du? Natürlich hatte ich eine Kindheit. Meine Kindheit war auf Tele 5 mit Bim Bambino. Und Sonja Zitlo. Sonja Zitlo. Ey, wirklich. Den Bifröst, genau den. Der Bifröstmann, der Bifröstmann. Ich dachte, den gibt's gar nicht mehr. Heimdahl ist tot, Heimdahl ist tot. Thor ist traurig und zwar sehr. Ey, ich hab, die, unsere Nachbarinnen sozusagen. Eigentlich sind ja die Wohnungen, früher gingen die ja alle ums Eck. Waren ja diese großen, aber dann wurden da zwei Wohnungen draus gemacht, so. Und jedes Mal, wenn ich die treffe, frage ich so, wie eigentlich so ihr Stand der Dinge ist. Und sie wirft mir jedes Mal vor, dass ich eigentlich nur darauf warte, dass sie stirbt. Ja, hat sie recht oder hat sie nicht recht? Nein. Undurchlässig ist. Wait a second. Millionen Liter Wasser, die einen Berg zum Einstürzen bringen, werden abgehalten von einer Folie. Aber Digga, das ist eine krasse Folie. Okay, dann hab ich nichts gesagt. Okay, dann gleich Laurent, sag ich mal.